Martin Bambauer ist ein deutscher Kirchenmusiker. Bambauer studierte evangelische Kirchenmusik an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf bei Hans-Dieter Möller und legte ein A-Examen mit Auszeichnung im Fach Orgel Improvisation ab. Ein Aufbaustudium bei Daniel Roth in Frankfurt am Main absolvierte er 2001 mit dem Konzertexamen. Seit 1999 ist Bambauer Kantor und Organist der Evangelischen Kirchengemeinde Trier unter anderem an der Konstantin-Basilika. Von 2001 bis 2008 lehrte er als Dozent für liturgisches Orgelspiel an der Musikhochschule in Köln. Preise Preisträger des Internationalen Orgelwettbewerbs in Ellburg 1995 Erster Preis und Publikumspreis beim Internationalen Wettbewerb für Orgelimprovisation in Schwäbisch Gmünd 1995 Förderpreis des Erste Internationalen Orgelfestivals Fugato in Bad Homburg vor der Höhe Tonndokumente 2001 Orgelmusik aus 5 Jahrhunderten 2004 Cäsar Frank und seine Freunde